Ich bin Lehrerin an einer Hauptschule und sehe tagtäglich, welche katastrophalen Auswirkungen der Einfluss der Medien auf Schülerinnen und Schüler hat. Es entsteht ein Bild von Sexualität und Beziehung, das so zerstörerisch ist, dass wir uns nicht über jugendliche oder sogar kindliche Nachahmer wundern dürfen, die einander zu Tode schänden. Wenn nun noch ein schwulen TV-Sender zugelassen wird, wird das Bild einer normalen und harmonischen Beziehung in den Köpfen unserer Kinder mehr und mehr verblassen. Sexuelle Ausschweifungen und Übergriffe werden zunehmend, weil man aufgeheizt durch die gesehenen Bilder seinen Trieben geradezu freien Lauf lassen muss.